Samia mia, eh eh, waka waka, eh eh. It's time for Afrika. Mit diesen Worten begrüße ich euch hier bei Betreutes Denken. Zusammen rätst du eine Stadt, Langeweile? Ja, eine Afrika-Karte. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben ja schon Europa gespielt, wir haben die Welt schon gespielt. Asien habe ich so ein bisschen für mich mal gespielt. Das muss man euch nicht zeigen, das ist zu schlecht. Jetzt Afrika, machen wir das so mal an der Kamera. Bin ich auch nicht viel besser. Aber ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, wie man einzelne Länder voneinander unterscheiden kann. Und das ist einfach so ein bisschen ein Selbstversuch. Starten wir mal ein lokales Game mit fünf Runden, zwei Minuten und los. Und wenn uns irgendwas auffällt, dann sagen wir das doch direkt. Es fällt einem auf Rechtsverkehr. Und von den Ländern, in denen das möglich ist, ist es nur Tunesien, Ghana, Nigeria. Senegal wäre jetzt noch möglich. Weil Kenia, Botswana, Südafrika, Lesotho und Swaziland alle Linksverkehr haben. Das sollte man erst mal bedenken. Wenn man das Gesamtbild jetzt anguckt, sieht es ziemlich nach Tunesien aus. Von der generellen Trockenheit oder vom generellen Land einfach sieht es so aus. Jetzt, was wir jetzt machen, ist, wir fahren jetzt erstmal diese lange Straße entlang. Und jetzt, das wollte ich gerade sagen, und in Tunesien ist es so, dass man nicht weit fahren muss, bis man zu einem Kreisel kommt. Und da steht meistens Tunis auf dem Schild. Hier jetzt nicht. Stehen meistens irgendwelche Städte hier drauf. Busaria, Rassel, Inca, Chela, Sid, Named, Kaserna. Jetzt legen wir uns das mal hier rüber und suchen mal so ein bisschen auf der Karte. Das sind, glaube ich, nicht die größten Städte in Tunesien. Fangen wir mal hier unten an. Djeba, Maret und so weiter. Tsarkis steht auch, habe ich schon öfter gesehen. Gabes, Nichts, Kaserna, Sfax ist eine größere Stadt. Hier, Djeba, Monastir, Suse, Mzaken, hier hoch. Tunis, war das nicht drauf? Almaskan, nein, Menzel, irgendwas. Pizerta, stand das nicht drauf? Uzzaria, hm. Also müssen wir vielleicht nochmal in den Kreisel reinfahren. Upsi, ich glaube eher, wir sind hier oben. Aber, keine Ahnung, wir könnten auch unten sein. Klicken wir mal hier in die Mitte rein. Wir waren ganz oben. Menzel, ah, das war hier, okay. Aber Tunesien haben wir ganz richtig rausgefunden. Pizerta, wow, da stand auf meiner Karte, die ich am Anfang eingeguckt habe, stand da doch was anderes, oder? Sei es drum. Spielen wir mal die zweite Runde. Tunesien erkennt man eigentlich ganz gut an Rechtsverkehr. Ja, und wenn ihr die Schilder anschaut, das ist so ein großes weißes Schild. Und da steht immer zweisprachig drauf. In Arabisch und in, ja, in ganz normaler, also, ja, Französisch ist, glaube ich, auch die zweite Sprache. Also in den ganz normalen, unseren Buchstaben. Wie heißen die denn überhaupt? Weiß ich jetzt nicht. Also, da hat man immer diese zwei Schreibweisen und das ist eigentlich ziemlich charakteristisch für Tunesien. Jetzt schauen wir doch mal hier weiter. Hier folgt uns ein Polizeiauto. Also, das ist auch ein Hinweis. Das gibt es in einem Land. Wir sind Rechtsverkehr. Und ausgehend von dem müsste das, das Auto, kann ich jetzt nicht erkennen, was es ist, müsste es eigentlich Nigeria sein. Aber schauen wir mal. Das Auto, ja, das folgt uns die ganze Zeit. Gehen wir mal auf die andere Straßenseite, wenn das geht. Da müsst ihr uns dann auch folgen. Jetzt sollten wir nochmal abchecken. Gibt es irgendwas mit Nigeria? Nigeria, Nigeria, Nigeria. Nigeria, Nigeria, nein. Da war doch gar ein großes Schild. Sag mal, bin ich jetzt vorbeigefahren? Nein. Eine Minute bleibt noch. Jetzt können wir schon mal hier reingehen. Weiß nicht, ob wir viel besser werden. Da folgt ein schwieriges Auto. Und würde ich das doch gerne nochmal abgeraten. Warum macht ihr ja nicht die .ng-Seiten? Bitte. Warum COM? COM ist überschätzt. Wenn wir die Landessprache nehmen, dann ist es viel einfacher für so Geogässer, die es nicht so wirklich drauf haben, dass die sich doch dann sicher sein können. Da waren so kleine Rikschas. Jetzt sind wir gerade in der anderen Richtung unterwegs. Hm. Ja, ich habe schon in Nigeria geklickt. Das müsste eigentlich ziemlich sicher sein. Schauen wir doch mal. War Nigeria und war auch gar nicht so weit weg. Aber ich habe einfach nur ganz grob ins Land geguckt. Nächstes Rätsel. Wir sind wieder Rechtsverkehr. Uns folgt ein Auto. Vielleicht folgt es uns auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht ein bisschen eine Verschwörungstheorie, dass es dieses Auto ist, was uns folgt. Aber von Rechtsverkehr und von dem, wie es aussieht, könnte es eigentlich wieder Tunesien sein. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Das Auto. Wir sehen gar kein Auto. Das ist ein bisschen blöd. Das Auto gibt auch öfter mal Rückschlüsse. Und jetzt bin ich gerade an einem Schild vorbeigefahren. Und ich glaube, das war so ein weißes Straßenschild. Schauen wir noch mal. Steht das jetzt hier zweisprachig drauf? Nein. Sehen wir nichts. Eine Minute bleibt noch. Jetzt hier. Das ist gut. Okay. Eindeutig. Wir sind wieder in Tunesien. Tunis steht eigentlich fast überall dran. Suse, Enfida und sonst wo. Dann legen wir uns das da oben hin und dann schauen wir noch mal ein bisschen nach den Ortschaften. Tunis müsste aber auch nicht genau. Suse finden wir das irgendwie. Enfida. Fangen wir hier oben an. Suse. Da ist Suse. Suse und Tunesien sind in verschiedene Richtungen. Das heißt, wir sind zwischen. Wir sind zwischen. Genau. Und jetzt sehe ich gerade auch Enfida. Das ist in die eine Richtung wie bei Tunis. Das heißt, wir sind unter Enfida. Und jetzt muss ich nur noch Sidi Bou Ali finden. Und dann können wir das relativ gut orten. Wo ist denn das? Das müsste jetzt hier auch noch kommen. Sidi Bou Ali finden wir das. Und dann sind wir hier unter Enfida. Ja, und so da dazwischen müssen wir sein. Zwei Kilometer weg. Wow. Das war richtig gut. Die dritte Ortschaft haben wir nicht gefunden. Aber so haben wir es so ein bisschen mit verschiedenen Zielen konnten wir es ein bisschen eingrenzen. Das war eine starke Runde. Ja, Tunesien mag ich eigentlich ganz gern. Sieht eigentlich, wenn man so durchfährt, sieht es eigentlich auch gar nicht so unattraktiv aus, als ob man da mal hinreisen könnte. Puh. Das ist jetzt richtig dünn. Aber ein kleines Detail hier, das ist das weiße Auto, was fährt. Und man sieht jetzt hier den Hinterteil des Autos. Also wir fahren gerade so rum. Das heißt, wir sind linksverkehrmäßig unterwegs. Und linksverkehr siedeln wir unten an. Oder Kenia. Aber in Kenien war nicht das weiße Auto unterwegs. Jedenfalls ist es mir nicht bekannt. Also kann es Botswana, Südafrika, Lesothos, Wasiland sein. Und jetzt sollten wir schleunigst mal ein anderes Auto finden, um zu gucken, wie die Kennzahlen in dem Land aussehen. Und ihr seht, das könnte eine schwierige Aufgabe werden, ein anderes Auto zu finden. Sonst können wir uns mal die Gegend angucken. Es ist relativ flach, muss man sagen. Das spricht, machen wir mal die Bergkarte rein. Spricht nicht für Lesotho, das ist nämlich ziemlich bergig. Also bleibt Südafrika und Swaziland. Und Botswana eigentlich auch theoretisch noch. Und so wenig wie hier ist, könnte sogar Botswana sein. Aber irgendwie ist es noch kalger und weniger los. Jetzt bin ich hier in eine Sackgasse reingefahren. Ganz toll. Jetzt bin ich wieder zurückgesprungen. Copong, Secondary School. Jetzt gucken wir mal hier, ob wir im Auto eine Kennzahlen sehen. Ist weiß. Da können wir bis jetzt noch nicht so viel ausschließen. Für Südafrika halte ich das jetzt nicht. Ich würde eher auf Botswana gehen. Botswana, Swaziland. Glaube ich nicht. Lesotho ist es nicht bergig genug, glaube ich. Ah, schaut mal hier. Botswana war das. Und wir waren hier, es war schon ein bisschen hügelig. Aber hier an der Stelle sind ja auch noch ein paar Hügel hier. Und sonst ist das gesamte Land sonst komplett flach. Wenn ihr mal auf die Hühnenprofilkarte geht, nichts. Nur hier so ein bisschen hügelig. So, das vierte Rätsel von fünf. Bis jetzt haben wir alle Länder richtig getroffen, würde ich mal sagen. Das ist doch schon mal gar nicht so schwach. Sefofi Zanzibar an der B150. Von den Schildern her. Wir sind im weißen Auto und wir sind linksverkehr. Seht mal, wenn ihr das Auto verfolgt, wo es hinfährt. Es geht eben in die linke Spur hier gerade rein. Wobei der Autofahrer eigentlich hier gerade ziemlich mittig fährt. Aber es sollte linksverkehr sein. Weil wir so genau, wie die Schilder auch stehen, zueinander. Sefofi Zanzibar. Könnte eigentlich Südafrika sein. Gibt es da sowas wie B-Autos? Äh, B-Straßen? Sehe ich jetzt erstmal nicht. Dann schauen wir mal hier. Ob es hier B-Straßen gibt. Gut. Sehe ich nicht. Das war es die Land. B-150. MR heißen die hier. Hm. Dann schauen wir mal nach Botswana. Ist nicht so eindeutig. Aber hier gibt es eher A-Straßen. Dann müsste das schon irgendwas in Südafrika, glaube ich, sein. Und dann viel Spaß, dieses Zanzibar zu finden. Das wird nicht einfach. Vor allem 30 Sekunden. Jetzt schauen wir mal ein bisschen rum. Mhm. Ich bin überhaupt nicht gelaufen, weil ich irgendwie nicht denke, dass... Also ich klicke mal irgendwo rein. Weil ich, glaube ich, nicht denke, dass wir hier besser fahren, dass wir noch ein bisschen laufen. Glaube ich nicht, dass es besser ist. Da ist nämlich nichts. Schaut mal. Da kommt nichts. So, da standen nochmal die gleichen Städte dran. Und es war fast Südafrika. Da war doch Botswana, aber ganz an der Grenze. Deswegen konnte man das nicht so gut zuordnen. Null Punkte. Die haben wir uns kräftig verdient. Die haben wir uns mal im Land vertan. Aber dennoch, durch Linksverkehr, weiß man zumindest so ganz grob, wo man ist. Bringt einem teilweise dennoch wenig Punkte, weil Afrika riesig ist. Wir Results, das war das, wo wir am längsten weg waren. Wir zweimal Tunesien haben wir ganz gut getroffen. Einmal Nigeria haben wir auch gut getroffen. Und dann war eigentlich relativ ausgewogen, die Runde. Einmal Botswana, was wir getroffen haben. Einmal Südafrika getippt und Botswana in Wirklichkeit. Wenn das euch gefallen hat, dann gebt doch noch ein Like aufs Video. Abonniert den Channel. Ich bin raus für heute. Ich hoffe, Afrika hat euch auch Spaß gemacht. Macht's gut. Und ciao, ciao.